Ich habe gelebt in meinem Puppenhaus, warm kam es mir vor, vertraut. Hätte man mich gefragt, ob ich gehen will, zu wenig wissend? Also ging ich dann fort, denn so ist das nun mal. Ich habe mir dort Schramm an Dornen geholt. Zu weit weg, schwank. Sollte das alles sein? Verfluche das nun, nicht zu wissend. Ich bin dann lange im Puppenhaus geblieben und ich wollte auch gar nicht weg. Warum Sehnsucht, wenn ich alles gesehen habe? Ich dachte, ich bin mir sicher. Belogen. Wenn alles kalt ist, finde ich Wärme weit fort. Wissensuchend. Warum reise ich jetzt, damit irgendwas hilft? Wissensuchend. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wurde empfangen, verstanden, bereichert, am Ort, der lange warm war, Heimat. War wenn die Kälte in mir wohnt, war mein Puppenhaus jemals eine Zuflucht? Wissen Leuten, jetzt bin ich selbst warm, nicht mehr gefangen. Aber wenn ich selbst die Wärme bringe, lasse ich Kälte nicht herein und Dornen nicht wachsen, lernend. Jetzt komme ich an und bin zu Hause, wohin ich auch gehe.